dafür schon da und gut ist eigentlich immer noch mal allererster ps3 controller erlebt immer noch nach weiß gott wie viele vier jahren oder fünf jahren erlebt immer noch obwohl da richtig hart drangenommen wurde das ist das muss einmal hinbekommen wo nach so vielen jahren immer noch sein allererst controller so frisch aus der verpackung war also mit narutsche ist ein kinderspiel wenn wir sehen mal gut oder lebend und habe mit dem genauso der tipp hier der kam vor dem ein da das ist so kaum sagt geiler aus als es überhaupt schaden macht planetares rasengan alter das hat er richtig geilen effekt mann das gefällt mir das sieht echt gut aus ja hau eben auf die fresse ich bin jetzt echt gerade im red motor hey hauptsache du gewinnscht ist es die hauptsache ist mir scheißegal ob der ausraschen büschung hohe es geht ab hauptsache es reicht ja gerade alles aus muss man wieder normal dappen hier alter wie reicht der immer so aus der böse tschüss schau gar kein chakra aber jetzt gut aufladen in ruhe hier jetzt komm ich jetzt komm ich jetzt komm ich jetzt komm ich mal sehr gut boom ja zockt schon ein bisschen was oh fuck feierabend goodbye raka dritte rai kage genau man goodbye junge goodbye haha das sie gehört uns so sieht es nämlich aus so nicht anders oh man dafür gibt es super und weißt du eigentlich das ist immer das geile dass wir zu zweit sind wenn der andere mal nicht kann ausgepowert ist oder einen schlechten tag hat dann ist noch der andere da und er kann dann so richtig abgehen weil er die volle power hat ne man 16 ich bin naruto jetzt ausgelaugt irgendwie keine ahnung ich bin nicht gut dass du jetzt mal so richtig auf power alter mann du es vielleicht sogar das spiel sogar durch junglich rock die scheiße jetzt für euch heute durch alter wir wollen endlich neue projekte man oh ja wäre ich stark dafür ja ich auch viele geile spiele rumliegen hier habe ich hier gerade auf meinem tisch hier gta 5 umliegen ja kommt aber kein let's play von wahrscheinlich vielleicht let's show na mach mal gucken los die 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 be die 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 Allianz-Forces haben gewonnen! Du hast mich verabschiedet, Ohnoki. Ich erwarte mehr von meinen Disciple. Wie kann man unterestimieren meinen Fission-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu? Ich will nicht mehr von dir. Ich bin nicht mehr von dir. Sieht, dass du Nagato in den Kampf hast. Schön, dich zu treffen. Oder haben wir schon vorher? Wer bist du? Ich bin Kabuto Yakshi. Er ist der Partner in Crime, ich glaube. Ich bin auf deinem Seite. Ich bin mit dem 2. Tsuchikage. Oh? Was ist das alles? Wir sind in meio einer Kriem. Und ich will Madagern für deine Macht, das ist warum ich auf Reanimation habe, um dich in dieses Welt zu bringen. Reanimation? Das ist das Reanimation von Reanimation? Ich verstehe. Also, Naruto. Soll dich hier. Klar. Ich habe das Rikage-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu-Jutsu. Er ist ein Recklöser. Aber bist du nur ein Klon? Wo ist die reale, du? Die reale, du ist vorne. Wer ist das? Der zweiten Tsuchikage. Aber ich dachte, dass du ihn verletzt hast. Könnte er benutzen, in dieser Krieg? Huh? Du sagst, dass es noch ein? Das ist er! Wer? Er hat kommen. Madara Uchiha! Dieser Mann ist... Madara Uchiha? Was ist das alles? Was ist passiert? Schau mal an seine Augen. Er ist unter Reanimation. Wenn Reanimation die Todes zurückgeht, das bedeutet, dass dieser Mann war. Aber ich habe ein Wort von HQ, der Madara Uchiha! Der Madara Uchiha! So, dann... dieser Mann ist die reale Sache. Und der Mann, der wir denken, war Madara, ist... jemand anderes... Ich denke... Sie haben die Hände, die Hände, sagen sie, Ninja. Aber sie tragen die Hände aus verschiedenen Ländern. Eine neue Allianz-Armee. Wie gesagt, wir sind im Mittwoch einer Kriege. Die Stadt haben alle zusammengebracht, um zu stoppen... ...hins plan. So he triggered this. He must have a reason behind it all. Looks to me like things aren't exactly going as planned. Why would you bring me back in this form? You are in this form that you speak of because your reanimation is special. I brought you back better than you've ever been. Better than ever? How would you know when I was at my best? Why don't you show me here and now the legendary power of the Uchiha? Very well. He's coming! I've fought him before. I'm the perfect match for him. No, that won't do. The ninja world depends on this battle. I'm fighting too. And so am I! Normally I'd tell you to butt out, but with him as an opponent, I'll make an exception. Hazakage! Naruto! Let's stop him together! Guys! Oh, it's you. The great fence sitter. I thought you learned long ago not to tango with me. If you think I haven't changed since then, you'd be gravely mistaken. Soooo! Uchiha Madara! Uchiha Madara! Am Start! Ach, nicht doch mit dem... Jetzt müssen wir erstmal kurz gucken hier. So. Leben auffüllen, dass wir genug Leben haben. Ah, ja. Dann, die kommt dahin. Die kommt wieder dahin. So. Ne, warte mal, geh nochmal drauf. Weil dann nehmen wir vielleicht noch zwei Flächen von Chakra mit. So. Jetzt sind wir super ausgerüstet. Hoffe ich doch mal. Genug Leben. Ich will drauf. Und noch zwei Flächen Chakra. Und wenn, dann übergebe ich dann halt an dich, wenn ich dann wieder verkacke. Ja. Ui. Ich geh ja grad richtig ab. Ja. Ich bin irgendwie ein bisschen ausgelaugt. Keine Ahnung. Oh. 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 Super. Okay. Soll ich schon ausweichen? Oh, fuck, der hat Naruto auch erwischt. Schade. Hm, Garad hat auch nicht mitgewirkt. Aber hat hier, hat jetzt ein bisschen geblockt. Ein bisschen geschützt. Oh. Ja, man. Perfekt. Wenn der in dem Modus liegt, dann ist er eigentlich ganz okay. Boah, scheiße. Ja, aber man muss jetzt auch erstmal zu dem Feind hier kommen, ne? Alter. Guck mal, wie klein der ist im Gegensatz zu dem. Boah, das soll ich mal die ganze Zeit blocken, ey. Scheiße. Ah, jetzt bin ich auch wieder draußen. Nimm mal vielleicht mal wieder Leben. Achso, hab ich auch noch. Oh Gott. Gut, dass der mich blockt. Ja. Perfekt. Perfekt. Game over. Oh ja. Boah, bin ich froh, ey. Dass ich da jetzt noch abgegangen bin und ihm auch die Fresse geben konnte. Ohne Spaß. Oh, aber ich hatte auch gute Beschütze hier. Gaara zum Beispiel, der hat mich hier beschützt und alles mögliche. Wenn ich mich geheilt, äh, wenn ich mein Chakra wieder aufgefüllt habe, also so. Oh? Wir haben ihn jetzt! Ist das richtig? Ich bin mir sicher, dass du dir falsch verstanden hast. Hey, warte mal! Warum hat er den Rinnegan? Mal sehen, wie du das mit dem? Keine Ahnung! Was müssen wir machen? Ist das das Heilige Macht? Das war's. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Geh alles, was du kannst. Was hast du versucht, Gramps? Er wird das Meteor leichter machen. Keine Ahnung. Er ist ein super Lightweight-Bolder-Jutsu. Mehr, mehr. Ein bisschen mehr. Keine Ahnung. Er hat... er hat es geschafft. Das war verrückt. Du bist großartig, Gramps! Er stimmig. Well done Fed Sitter. Seems you've improved a bit. Let's see how you deal with number two. But I don't understand. Why does that masked man call himself Madara? Because it makes people feel as if Madara is alive and well. Even when living a life of deception, using that name brings terror to the world. Name itself is power. It commands attention, and it's a bluff that can't be ignored because of its power to draw everyone into war. We've already been drawn in ourselves. What was that? Report from the fourth company's battlefront. An enormous falling rock blacked out the entire sky. That must be the cause of this trembling. This is terrible. So many people. There's no mistaking it. This is the work of Madara's jutsu. Lady Tsunade, at this rate, we're doomed. I'm going. You're Maburi, right? Prepare the ethereal transmission jutsu. I can't. The ethereal transmission jutsu is only for sending non-living objects. It's not like with the sealing urn. The transfer is too fast for the human body, and those within it will die. The only human to ever survive it was the third Raikage. So the fourth Raikage may have a chance, but Lady Hokage, I can't do this for you. I've got an idea. How about calling the Genma Squad here and using the flying Raikage and jutsu to move you? Use that to move her. She should be working together with the Genma Squad right now. But that would mean... Don't worry. I'll use this. I get it now. You get it now? Lord Raikage? Lady Hokage, I beg you to reconsider. Mabui, prepare the ethereal transmission jutsu at once, for two people. Lord Raikage! This is the last resort for us. We need our Commander-in-Chief to act now more than ever. Kara! You alright? Yeah. But... Gramps, no! It's okay. He's still alive. But it's a deep wound. The power of the Sage of the Six Paths. Magnificent. Just as I thought, the Sharingan transitioned into the René Gun. I was able to attain these eyes just before I died. Kabuto, right? What did you do to this body? Didn't I tell you? I brought you back better than you'd ever been. So that's why. It seems there are a few scattered survivors. The Tsuchikage and the Kazukage are stubborn as expected. What now? There's something I want to make sure of. My stomach feels so hot. This chakra calling me. It's Madara. Looks like you still haven't captured the Ninetales. That's what this war is all about. Take a look over there. The Ninetales is sealed within that Jinchuriki. But be careful. He is a lot stronger than he looks. Then let's see what he can do. Wood style, deep forest emergence! Oh no. My chakra is almost gone. Now what? Naruto. I'll help you this time. Take me over again, is that it? No. I'll just give you chakra. I don't like Madara. I'd rather have you control me than him. Ninetales. Okay. I'll use your power. Multi-shadow blow Jutsu! Relish him, Naruto. Giant Robin! Tyrengan! You were right about him. You see? I used all the chakra from the Ninetales at once. Now I'm exhausted. Leave the rest to me, Naruto. Tsuchikage. You're not up to this. At last, the time to pick myself up has come. This is the perfect opponent to achieve that. I'd like to try some more Jutsu, but you look too tired to tango, Onoki. As a ninja, my life has been steeped in battle. Continuing to fight for the benefit of my country and my village, and stealing from others without even flinching. Stealing and being stolen from, it's a cycle that hatred boiled over and we fought three wars. That's called living your life, old man. I'm surprised you've lived this long and still haven't learned from the pain of your past. I've outlived you, and I've learned much more than you have. Knowing the pain of my past gives me insight on the best way to move forward in life. And now we're looking at war number four. Is this the best way for you? This war is different. In past wars, we stole from each other, but this battle is for everyone's benefit. When I look at the ninja alliance, they've helped me to realize there's more to life. Our world has a rough past, but it's gradually moving in the right direction. It is moving towards peace. The world doesn't need to move any more than it has. It just needs to sleep within the eternal Tsukuyomi. You're the one who will sleep. For myself, for the future, I will defeat you here. I see. Seems you have a few dance moves left. I'm Rudy Chayoden. Grandma Tsunade? Are you okay? Yes. I've already healed my wounds. We've arrived. I never imagined you could use the flying Raijin Jutsu. The fourth Hokage taught us this too. We were finally able to do it, but it took three people. Everyone's still alive, so we must not be too late. I can finally bust some heads. It's about time. Right. Looks like we're ready. Living this long really pays off. Unreal. Never thought I'd see the day when the five Kage would fight together. The five Kage. Count me in too. That won't be necessary. Huh? How come? This war is no longer just to protect you. It's a fight about protecting each other. Then let me fight Madara here and now. Listen well, Naruto. At first I thought the sole reason of this war was to beat the Akatsuki. So I joined the ninja alliance. But fighting alongside you all, my emotions have changed. Now I am here as Tsuchikage for the ninja alliance. And in the same way, the ninja villagers, once separate, have joined together in an attempted alliance. Because of this, it is possible that the chaos and hatred throughout the ninja world can be dissolved. Leave this Madara to us. We'll settle this quickly. And let this be a first step toward putting an end to the hatred. I'll leave the other Madara to you as a step toward hope for the future. The old and the new. Beating both Madaras will put an end to this war. We will protect you on this battlefield. So you go to the other side and fight to protect us. Naruto. This is our message to you. He dreams are ours! Right, let's win this! Wind cuts through the sky. He kicks the earth and becomes a whirlwind. The battle has come to its climax. Breaking through times of chaos. The one who lies beyond. The one who lies beyond. The great ninja war has reached its climax. Perfect timing. Now to hunt down the Ninetales. With my newly created six paths of pain. What's up? Looks like the battle between the five Kage and Madara has begun. The clash of all clashes. It's finally on, huh? This battle's gonna have a lot of sway on who wins the war. It's a must-win for us. Shikaku, I just received some news as well. It's incredible. Naruto Uzumaki's Shadow Clones are showing up all over the battlefields. First and second companies have already joined up at the coastline. They've merged with the second detached force. And are eliminating all enemy forces. Great. The ninja world is rising up in a big way. Yeah, as the end of this war draws near. At this point, there's not much else we can do. We'll just have to trust our friends on the front lines. Fight to win this thing, guys. There's too many of them. When is this gonna end? You can relax now, Sakura. Time to finish this. Everything's gonna be fine now. Naruto? What are you doing here? I'm here to help you guys win the war. What? The whole point of this war is to protect you. You should not be here. What's the point of surviving if I'm alone? I want to fight this thing with everyone else. And that's that. Naruto, you... Don't worry, Sakura. I'm gonna wrap this up quick. I'm gonna wrap this up quick. I'm gonna wrap this up quick. Everyone, time to move! Okay. Final chapter. The Way to Peace. Untertitelung. BR 2018